Bevor wir mit dem Video beginnen, ich habe vor ein Q&A zu Haikyuu zu machen, deshalb könnt ihr mit dem Hashtag Haikyuu einfach irgendeine Frage zu Haikyuu stellen und dann seid ihr auch beim nächsten Video mit dabei. So was geht Freunde, willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal hier und heute reden wir mal über einen fatalen Fehler, den Haikyuu gemacht hat, der mir aber erst im Nachhinein aufgefallen ist, als ich mich dann irgendwann selber mit Volleyball beschäftigt habe. Ich habe im Internet gesucht, aber keinem ist das aufgefallen und ich denke mir so, hä? Eigentlich gibt es alles auf Reddit, wirklich alles, zu jedem Fuß, zu jeder Fußgröße, zu allem, wirklich alles gibt es auf Reddit. Das wird heute nur ein kurzes Video, weil ich wieder einmal positiv bin und nicht genug Kraft habe, ein aufwendiges Video zu machen. Vielleicht hört man das ja auch, ich höre mich an wie eine kleine Kuh. Da ist dieses Video eine perfekte Lösung, also würde ich sagen, fangen wir an. In der 20. Folge der 2. Staffel, als Karasuno gegen Aoba Josei gespielt hat, hat der Trainer Seijos kurz vor Ende des 2. Satzes einen Spieler eingewechselt, der das Momentum drehen sollte, nämlich Kyotani. Eine schwierige und wichtige Aufgabe, die er aber durch seine aggressive und tollwütige Art erfüllen kann. Oikawa bekam den Ball und spielte den Ball Kindai-Chi zu, der sich auch bereit gemacht hat. Doch Kyotani kommt von hinten und rammt ihn weg und schlägt den Ball selber. Man muss erstmal sagen, der Schlag war unglaublich krass. Es wurde krass animiert und nicht mal Nishinoya hat sich bewegt, als er geschlagen hat. Und das sah auf jeden Fall cool aus, aber das ist jetzt nicht die Thematik. Die Thematik ist natürlich, dass das verdammt nochmal unlogisch war. Denn guckt euch nochmal diesen Moment an. Ich gebe euch einen Moment und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es selber merkt. Und danach reden wir weiter. Habt ihr es gesehen? Also, Kyotani steht in der Rotation hinten. Und läuft einfach nach vorne, rammt seinen eigenen Spieler weg und schlägt den Ball. Also, alleine, ja, alleine das ist witzig. Aber, dass er von hinten kommt, er darf eigentlich nicht, sobald er die 3-Meter-Linie überquert hat, springen. Das darf er nicht. Er darf nur von hinten springen und angreifen. Aber ihm ist das scheißegal und irgendwie ist es auch Furudate scheißegal. Denn dieser Punkt zählt einfach. Und da denke ich mir auch, okay, also, Furudate, ich weiß, dass du Ahnung vom Volleyball hast und so. Du hast die ganze Serie echt gut strukturiert und auch die Regeln gut erklärt. Aber was ist das? Was ist das? Ja, das kann ich mir irgendwie nicht erklären. Und da habe ich auch mit ein paar Kollegen von mir gesprochen und habe dann auch im Internet recherchiert. Aber dazu gibt es einfach gar nichts. Und ich frage mich, ist das niemandem aufgefallen? Er springt einfach vorne ab, das darf er nicht. Er darf die 3-Meter-Linie nicht überqueren. Genau, und das ist sehr, sehr unlogisch. Und nicht mal die Charaktere in Haikyuu, denen ist das nicht mal aufgefallen. Und das finde ich sehr komisch, weil eigentlich müssen die sich beschweren beim Schiri. Oder der Schiri, dem ist das auch scheißegal. Also, ja, irgendwie sehr, sehr komisch. Ein sehr, sehr komischer Moment. Aber, ja, sah auf jeden Fall cool aus. Auch und lassen wir es einfach so sein. Schreibt hier in die Kommentare, ist euch das aufgefallen? Ich glaube, es ist niemandem aufgefallen, weil Leute, die Haikyuu gucken, die haben erstmals nicht wirklich was mit Volleyball zu tun, sondern erst danach. Und dann kommen die wieder und sehen das vielleicht dann. Aber mich interessiert, ob das jemand beim ersten Blick schon erkannt hat, dass das einfach nicht geht. Genau das soll es gewesen sein. Gebt dem Video gerne eine positive Bewertung da. Vielleicht auch ein Abo, falls euch das Video gefallen hat. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns.